Gelesen aus 365 mal R von Wilhelm Busch 28. Juni Nun aber bleibt Glaube, Hoffnung, Liebe. Diese drei. 1. Korinther 13,13 Wenn man sich von Stuttgart der Schwäbischen Alb nähert, sieht man bald die Burg Hohen Neufen. Auf einem steilen, weit vorspringenden Berg hebt sich stolz die weiße Zitadelle aus dem grünen Laub der Buchen und fröhlich flattert vom Turm die Fahne. Wie solch eine Burg, die sich über die Niederungen erhebt, ist die Gemeinde Jesu Christi. Meint ihr, das sei zu großartig ausgedrückt? Nun, der Herr Jesus hat selbst einmal etwas Ähnliches gesagt. Es kann die Stadt, die auf einem Berge liegt, nicht verborgen bleiben. Da hat er von der Gemeinde gesprochen, die an ihn glaubt. Ja, unserem Gott schwebt solch ein Bild vor, wenn er durch den Propheten Jesaja sagt, Deine Mauern sollen Heil und deine Tore Lob heißen. Also lassen wir das Bild gelten. Die Gemeinde Jesu Christi ist wie eine Burg, die weit über die Niederungen hinausragt. Und nun hören wir in unserem Text, auf den Mauern dieser Zitadelle flattern drei Fahnen. Glaube, Hoffnung, Liebe. Man erkennt also, nun einmal ohne Bild gesprochen, die Gemeinde Jesu an diesen drei Lebensbezeugungen des Heiligen Geistes, der in den Herzen wirkt. Man erkennt die Gemeinde Jesu an dem festen, heilsgewissen Glauben. Der Grund, da ich mich gründe, ist Christus und sein Blut. Man erkennt die Gemeinde Jesu an der lebendigen Hoffnung. Jesus, er, mein Heiland lebt, ich werde auch das Leben schauen. Und man erkennt die Gemeinde Jesu Christi an der Liebe, die nicht fragt, was geben mir die anderen, sondern, was darf ich den anderen tun? Herr, vergib, dass wir unsere Fähnlein oft zu trübselig hängen ließen. Lass sie im Winde deines Geistes flattern. Amen. Ich kann dir deinen Weg zum ewigen Leben gerne zeigen, aber klingeln musst du schon selbst. Jesus wartet auf dich. Sprich mit ihm im Gebet und lade Jesus in dein Leben ein. Du wirst sehen, er wird dir antworten. Jesus Christus segne dich. Jesus Christus segne dich.